Am Montagabend traf sich der Gewerbeverein Freiberg, um über die Zukunft des Handels in der Silberstadt zu sprechen. Mit dabei waren rund 20 Vertreter ganz unterschiedlichster Richtungen. Gastronomen und Einzelhändler. Von Mode über Schmuck bis hin zu verschiedensten Fachhändlern und Dienstleistern. Aus der Stadt für die Stadt. Ziel des Treffens war es, sich kreativ auszutauschen und gemeinsam Strategien zu entwickeln, um Freiberg zukünftig noch attraktiver zu machen. Dazu gehört unter anderem auch, die Wochenentöffnungszeiten auf den Prüfstand zu stellen und über geeignete Marketingstrategien nachzudenken. Denn wichtig ist, die Menschen vor Ort sowie Touristen von außerhalb gleichermaßen anzusprechen. Aber auch das Händlernetzwerk in der Silberstadt soll weiter gestärkt werden. Aus diesem Grunde sind für die Zukunft weitere Kreativtreffs geplant, in denen der Handel neu gedacht werden soll. Es bleibt also spannend, welche Änderungen und neuen Ideen in den nächsten Wochen und Monaten entstehen und wie sich das Ganze auf den Handel in Freiberg auswirken wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017